Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen heißen möchte ich hier in der Heinrich-Böll-Stiftung vor allem unsere internationalen Gäste zu unserer Konferenz Syrien in der Sackgasse, vier Jahre nach Beginn des Aufstands, Ansätze und Perspektiven für eine politische Lösung des Konflikts. Diese Veranstaltung ist in Zusammenarbeit mit Adopt a Revolution zustande gekommen. Wir haben sie gemeinsam organisiert und ich möchte schon an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Adopt a Revolution für die gute Zusammenarbeit mich bedanken und natürlich euch vor allem auch beglückwünschen dafür, dass ihr nach wie vor den Mut habt, im Land selber mit zivilen und demokratischen Akteuren in Syrien zusammenzuarbeiten. Auch wir versuchen das als Heinrich-Böll-Stiftung. Wir tun unser Bestes, Menschen, die nach wie vor an die Demokratie und an eine Lösung, an eine politische Lösung, eine friedliche Lösung in Syrien glauben, zu kooperieren. Vor mehr als vier Jahren begann in Syrien der Aufstand gegen das Regime von Bashar al-Sadat. Mittlerweile hat sich die Auseinandersetzung zu einem regionalen Konflikt mit verheerenden Auswirkungen vor allem für die Zivilbevölkerung in Syrien und im Irak entwickelt. Das Leid der Bevölkerung, die Repression, die blutige Gewalt, die dem ursprünglichen demokratischen Aufstand folgte, sind unfassbar und aus unserer Perspektive, und das versuchen wir mit dieser Konferenz, viel zu wenig politisch und öffentlich diskutiert. Die brutale Gewalt zwischen Regierungstruppen und verbündeten Milizen auf der einen und einer heterogenen Allianz aus unterschiedlichen Rebellen und Oppositionsgruppen auf der anderen Seite forderte bislang über 200.000 Tote, hat über 11 Millionen Menschen entwurzelt und zu Flüchtlingen gemacht. Lange Zeit schien der Konflikt in Syrien aus der öffentlichen Debatte in Deutschland verschwunden zu sein. Das änderte sich letzten Sommer, als mit den militärischen Erfolgen des IS Syrien endlich wieder auf der Agenda war. Die Intervention der gegründeten internationalen Allianz, das möchte ich mir hier erlauben zu behaupten, die Intervention der internationalen Allianz war bislang nicht wirklich erfolgreich. Es sind im Wesentlichen andere Rebellengruppen, die den IS an einigen Orten haben zurückdrängen können und nicht die Luftschläge der internationalen Koalition. An einer vor allem politischen Strategie gegen die Terrorgruppe fehlt es weiterhin. Der Kampf gegen sie kann aber nur mit der lokalen Bevölkerung gewonnen werden, nicht ohne sie und nicht ferngesteuert. Und ich denke, wenn heute der Irak unser Thema wäre, dann würden wir das in aller Intensität diskutieren, wie sehr es eigentlich darum geht, mit den lokalen, auch der sunnitischen Bevölkerung im Irak zu kooperieren. Das wird langsam hier auch in der öffentlichen Debatte bewusst. Das zeigt sich auch im Konflikt zwischen der irakischen Regierung und der US-Regierung. Seit der IS Palmira erobert hat, berichten auch wieder die deutschen Medien vermehrt. Strategisch ist der Ort Palmira von geringerer Relevanz für IS. Hier wären eher die militärischen Flughäfen im Umland von Bedeutung. PR-technisch, das kann man denke ich sagen, sind jedoch die Ruinen der größtmögliche Kuh und die Welt reagiert erwartungsgemäß. Die Sorge um Palmira gilt vor allem den antiken Städten und ihren berühmten Artefakten. Nicht, dass das nicht wichtig wäre. Wir halten das aber vor allem zynisch gegenüber den Menschen, die in Palmira und der Umgebung leben. Für viele Syrerinnen ist Palmira nämlich nicht nur Symbol einer großartigen Vergangenheit, sondern der Name steht vor allem auch stellvertretend für großes Leid. Hunderte politischer Gefangener haben hier im berüchtigsten Gefängnis Syriens ihr Leben gelassen. Über viele, viele Jahre. Jenseits der militärischen Kräfteverhältnisse. Bis heute gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass dieser gewaltsame Konflikt bald beigelegt werden könnte. Es gibt so gut wie keine ernstzunehmenden Initiativen für politische Lösungen weder in der Region noch in Europa noch in den USA. Die Hände sind auch ausgestellt. Das wäre schön. Die Ergebnisse der Verhandlungen von Genf 2012 sind nicht einmal ansatzweise umgesetzt worden. Genf 2 ist definitiv gescheitert und auch die derzeit laufende Verhandlungsrunde Genf 3 sieht nicht gerade vielversprechend aus. Wer sind die Gesprächspartner? Wer redet mit wem? Auch das werden wir heute im Rahmen dieser Konferenz sicherlich miteinander erörtern. Der UN-Sicherheitsrat hat in seiner Resolution 2139 im vergangenen Jahr unter anderem ein Ende der Fassbomben gefordert. Vor drei Monaten hat der Sicherheitsrat angedroht, den Einsatz von Chlorgas in Syrien zu ahnden. Bis heute, auch das wissen wir leider zu wenig über die Medien, bis heute wird fast täglich Chlorgas eingesetzt und doch gibt es so gut wie keine Diskussion, keine öffentliche Berichterstattung und vor allem keine politische oder militärische Ahndung. Die internationale Gemeinschaft hat, so wirkt es zumindest auf mich, keine Anstrengungen, wirklichen Anstrengungen unternommen, zu einer politischen Lösung des Konfliktes beizutragen. Der Fokus des Westens, ich sagte es schon, richtet sich stattdessen vor allem auf die vornehmlich militärische Bekämpfung des IS, der als Hauptgefahr für die Stabilität der Region und die Sicherheit Europas und Amerikas ausgemacht wird. Diese Priorisierung, meine ich, sollte wenigstens hinterfragt werden, denn sie ignoriert komplett die Ursachen und die Genese des Phänomens des islamischen Staates. Vor allem Assad, das ist auch Ergebnis der jüngsten Entwicklung, vor allem Sadat wird wieder hoffähig und salonfähig gemacht und mittlerweile als Partner im Kampf gegen den Terror des IS ins Spiel gebracht. Dass Assad bislang weder besonders aktiv an diesem Kampf war, noch an irgendeiner Stelle in den letzten Jahren eine politische Perspektive aus dem Konflikt herausgesucht hätte, fällt dabei komplett unter den Tisch. Sicherlich wird uns diese Diskussion, welche Rolle kann und soll Assad überhaupt noch spielen, heute beschäftigen. Mit Assad verhandeln heißt allerdings, von wem zu ignorieren und zu missachten, von wem die Instabilität ursprünglich ausging und vor allem, wer verantwortlich ist für die meisten zivilen Opfer in Syrien. Mit Assad verhandeln ist zudem eine Demokratie und menschenrechtspolitisch sehr unkluge An- und Absage an die Kräfte der moderaten syrischen Opposition, nämlich an diejenigen, die am stärksten unter dem Terror des IS leiden und vor allem auch unter den Angriffen des Regimes. Und diese syrische Opposition, die moderate, nämlich sollte unsere Solidarität erfahren, sollte unser Partner sein. Abgesehen von der Betroffenheitsrhetorik, die regelmäßig nach besonders schlimmen Gewaltakten von IS, dem Regime oder anderen Rebellengruppen bemüht wird, gibt es leider weder im politischen Raum noch in der Öffentlichkeit ausreichende politische Debatten, die auf eine nachhaltige Lösung des Konflikts in Syrien abzielen. Mit unserer Konferenz wollen wir genau das, öffentliche und politische Diskussionen rund um Syrien und politische Lösungen wiederbeleben. Und wir wollen auch, das ist die Hoffnung, mit dieser Konferenz Impulse geben und den ein oder anderen Ansatz für eine Lösung des Konflikts aufzeigen. Unser Anliegen ist es besonders, und das teilen wir mit Adopt a Revolution, unser Anliegen ist es besonders, zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren aus Syrien eine Stimme zu geben. Sie sind für uns der wichtigste Transmissionsriemen für Analysen und Einschätzungen aus Syrien und der Region. Unsere Partner und Partnerinnen brauchen unbedingt Plattformen für politischen Austausch und Verständigung. Sie sind es, die letztlich politische Entwicklungen in ihrem eigenen Land positiv beeinflussen können. Und wir wollen eben genau diese demokratischen, moderaten Akteurinnen und Akteure stärken. Und ich hoffe, dass auch diese Botschaft von dieser Konferenz gehört wird. Ich freue mich deshalb heute auf diese Konferenz. Sie soll dem Verstehen der komplexen Situation in Syrien dienen. Wir wollen fragen, mit welchen Akteuren wir es vor Ort und in der Region zu tun haben. Wir möchten deren Interessen nachgehen. Und wir möchten vor allem auch hier in Deutschland etwas davon erfahren, wie die Lebensrealität der Betroffenen in Syrien eigentlich aussieht unter Bedingungen von mehr als vier Jahren Krieg, Bürgerkrieg, Terror, Repression, Gewalt. Wir wollen mit dieser Konferenz konkrete politische Handlungsansätze ausloten und vor allem auch danach fragen, welche Optionen der berühmte Westen denn überhaupt hat, welche Handlungspotenziale gibt es für regionale und internationale Akteure. Wir möchten natürlich wissen, ob es überhaupt denkbare und auch umsetzbare Handlungsoptionen für die internationale Gemeinschaft gibt. Wir wollen, ich habe es schon gesagt, diskutieren, welche Rolle Sadat überhaupt spielen kann. Und es geht uns hier auch auf dieser Konferenz darum, uns auseinanderzusetzen, wie wir mit den vielen Millionen Flüchtlingen aus Syrien umgehen und zwar nicht nur in der Region, sondern vor allem auch hier in Deutschland und Europa. Dass wir hier mehr tun müssen, glaube ich, nehme ich an, ist der Konsens auch hier dieser Konferenz. Ich möchte Ihnen und uns eine trotz des traurigen Themas und des Anlasses fruchtbare und ergebnisorientierte Debatten wünschen. Ich freue mich auf diese Konferenz. Ich möchte mich bei allen, die zum Entstehen dieser Konferenz beigetragen haben, vor allem an unser Nahost-Team, Birgit Arnold und Herr Baumann, ganz, ganz herzlich, Bauke Baumann, ganz, ganz herzlich danken bei Adopt a Revolution, bei allen Referentinnen und Referenten. Und ich glaube, wir haben ein Angebot an diesem Tag für Sie zusammengestellt, was uns hilft, nicht nur solidarischer miteinander zu werden, sondern auch Impulse zu bekommen und Perspektiven inmitten einem Kontext, der sehr, sehr viel mit Hoffnungslosigkeit leider zu tun hat. Ich gebe jetzt weiter an Ferdinand Dürr von Adopt a Revolution und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.